erstmal den planeten verteidigen würde ich sagen das sieht ja nach einem sehr wichtigen ziel jetzt aus wenn das natürlich in dem tempo weiter läuft kriege ich echt probleme die haupt mission zu machen weil ich dann nur im verteidigen bin ich aktualisiere die sternen karte ok die prime gefunden wo ist er denn da ist ein meisterhafter prime vielleicht sollte ich erstmal die exploratoren hier abschalten haben ja 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 Genau, eins nach dem anderen. Das ist hier eine Schmucksschicht. Übel. Die Waffe scheint zu wirken. Mach weiter. Das ist hier eine Schmucksschicht. Was immer das für eine Waffe ist, es ist die richtige. Mach weiter. Die Warnung der Hüter ist gegen Hitzerwaffen-Rassistin. Annäherungsalarm. Extraktor entdeckt. Energiewerte moderat. Wir müssen unsere Verbündeten vor solchen Bedrohungen schützen. Wir sollten schnell... Es steht im Flamm. Es steht im Flamm. Ja. So macht man das. Zur Erinnerung. Proben von korruptem Nova wie diese sind eine wertvolle Ressource. Sie wird bei Außenposten einen hohen Preis erzielen. Wow, sieh mal, wie viel Schaden du anrichtest. Hör jetzt nicht auf. Hier geht's mit. Die Waffe ist bei Außenposten. wird abgestuft ein gehabt orbitalkanone bereit an alle die das hören ich bin gestrandet helfen sie mir die 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 und jetzt erst mal vielen vielen dann jetzt kann ich meine studien fortsetzen wie ich sehe haben sie ein paar kerne dabei wir würden gerne welche erwerben wenn sie die verkaufen unsere prospector verbündeten haben eine ladung elektrum geliefert stets ein vergnügen ich brauche hilfe um die signale dort zu platzieren wo sie hingehören ich habe einen ort im auge können sie das hier dort platzieren bestätigt wir machen uns umgehend an die reparatur ihrer schiffe ok sehen sie sich ihre sternkarte an uns entgeht nichts mehr so korrupt ist ein überraschende geste ein tolles geschenkpartner äquinox hüterforschung so wieder das schiff was dauernd kaputt geht so 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 das sieht doch jetzt schon wesentlich freundlicher hier aus hier bis sechs extraktor ihr bis sechs müsste die stärke darstellen naja das sieht wieder übel aus oder es sieht schön aus wenn das in sonnenuntergang ist aber wahrscheinlich kommt er gleich wieder umweltverschmutzung gefunden schenken bei dem die die sind die 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 Triebwerke sind beeinträchtigt. Einnäherungsalarm. Energiewerte niedrig. Extraktor entdeckt. Schalte das Ding aus oder unsere Verbündeten sind in ernster Gefahr. Ja, so macht man das. Feuer! Ja, Kuczo! Schieß weiter! Ja, Kuczo! Schieß weiter! Die Schnellenergie auf, diese Lidschen. Soll man die denn zurückdrängen, wenn die so schnell aufbauen? Ja, Kuczo! Ja, Kuczo! Ja, Kuczo! hat hier echt der blanke hohn so schnell wie die aufbauen und wahrscheinlich während ich hier den planet am befreien bin untergraben sie den nächsten planeten wieder eine unserer kondensieren im schaden das muss ein ende haben die noten ist abgeschaltet Hey, wo wollen Sie denn hin? Mein Kondensierer steht weiterhin unter Beschuss. Runter mit dir! Wir müssen unsere Verbündeten vor solchen Bedrohungen schützen. Wir sollten schnell handeln. Extractor zerstört. Alles sehr, sehr heftig, was hier gerade abgeht. So, die Sammlung, die Equinox, die Sternkarte. Extractor. Wo war denn jetzt dieser Prime, den sie hier hatten? Kinderstock. Kinderstock. Mit die Extractoren. Eben. 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 Drei Extractoren noch. Okay. Drei Extractoren. Ob die Karte achten hilft übrigens auch. In die Richtung ist ein Prime. Aber erstmal schlagen wir die Typen zurück hier auf dem Planeten. Ob Kampagne kann warten oder wie war das? Warnung. Warnung. Die Kinder unserer Verbündeten sind in ganzer Gefahr. So, das ging doch jetzt auch recht flott. Ich krieg Übung. Ob ich kann, ohne bereit. noch drei das wundert mich jetzt hat er eigentlich nur noch zwei erwartet jetzt sind es wieder drei die unendliche geschichte oder atmosphärische verschmutzung erkannt die triebwerke sind beeinträchtigt da 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 Das war's für heute. sammlung ein kodex wollen wir denn diesen diesen baby mehr infos die lagerungswaffen immer noch bei der frage was sind belagerungswaffen so du 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Was auch immer, Belagerungswaffen sind, ne? Da haben wir es doch, Belagerungswaffen, mehr Infos. Aha, Flammenwerfer, Gausskanone, Zornkanone, Implodierer, Flutwelle und Leviator. Oh, warum schreibt ich jetzt meinen Stift nicht? So, Flammenwerfer, Gausskanone, Zornkanone. Was haben wir noch? Implodierer. Flutwelle. Und der Leviator. So, alles klar. Das sind schon mal nicht die Waffen, die wir drin haben. So, alles klar. So, alles klar. So, dann gucken wir mal. Zornkanone ist die hier zufällig. Dann kommen wir mal auf den Flammenwerfer auf der Seite. Blutwelle ist der hier und Leviator, Imk2 ist der, okay. Waffe gemeistert. Implodierer. Implodierer, das wäre auch einer hier. 21, 27. Wie fährst du denn da mal mit ein bisschen Ausrüstung für den Implodierer? Implodierer, das wäre auch ein bisschen Ausrüstung für den Implodierer. Wollen wir doch mal gucken, was der Prime-U hier ist gegen uns. Dann gehen wir mal den Prime an. Okay, aber vorher machen wir den nass auf dem Weg dahin. Ich bin schon sehr gespannt, ob die Dinger da wirklich helfen gegen... Nee. 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 Ähm. Nee. 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 maid describer. so das gefällt mir jetzt können wir mit dem prime verhandeln von kanone so Hmm. Hmm. Hmm.